Ich weiß den Namen des Athleten nicht mehr, aber der Athlet ist hergekommen, hat mich umarmt und wollte einfach ein Foto mit mir und hat mir dann diesen Pin hier gegeben. Wo ist er denn? Nada. Ich bin irgendwie immer so nett, weil das alles so persönlich ist und du nicht so eine Distanz hast, sondern dass es einfach normal so total nett ist, so ohne Hemmungen, das ist einfach schön. Wir können so viel lernen von diesen vielen, vielen positiven Menschen, ob Volonteers, ob Familienmitglieder, ob die Sportlerinnen und Sportler, die sind gut drauf. Und ich sage immer, wenn jemand schlecht drauf ist, wenn jemand meint, das Leben hat keinen Sinn mehr, dann soll er da herkommen, dann kann er was lernen. Du merkst einfach, da ist so ein Enthusiasmus dahinter. Es ist so ein Gaude benannt. Jeder ist mit jedem irgendwie befreundet. Es ist immer Spaß. Es sind so tolle Erlebnisse, was man mitnehmen kann und vor allem, es ist einfach eine tolle Veranstaltung, wo es so viel Herzlichkeit drinnen ist. Ich glaube, es ist jeder gern dabei, egal ob Helfer, ob Athleten und ich sage, es ist einfach schön anzuschauen. Wir möchten keinen Moment davon wissen. Ich danke dir. Sra. Wir werden uns vier mitσεuern. In der Auszeit auf dem Auszeit auf dem Auszeit auf dem Auszeit hervorragte